kosmo tier so ich dachte ich fange wieder neu an ich hatte ja diese mod drin die gleich mal von anfang an jedes lager zehnmal so groß macht wie es wirklich ist aber irgendwie kam mir das gecheatet an benutzerdefiniertes schiffladen was gibt es hier ich hasse erkundungen legale symbole frei erste bergungen mission geben zweimal kredite schiffe können nicht ressourcen geborgen werden auch der keinen sinn das ist der sieg regeln galaxie größe würde ich mich um mit ruhm verhältnis das ist maximum 2000 kronen mitglieder zum jo eigentlich das ist ja standard noch mal ohne jemals gegen härteste geben gegner kämpfen zu müssen viel einfacher wird reichlich wie du grinden kannst bevor du gegen härtere gegner kämpfen muss also bis 2000 und standard ist es bis 1500 wir starten mal dann gucken wir uns das schiff mal an ihr seht schon im hintergrund normaler an gesund angehalten und hat mir das mal so angeguckt okay er hat schon mal zwei luftschleusen wenn schiff dieser größe macht das für mich gar keinen sinn dann bin ich mal darauf gegangen ne und hier wird empfohlen neun crew mitglieder ich habe sechs das ist schon mal reichlich kacke würde ich mal behaupten das heißt wir brauchen noch drei mitglieder habe ich die denn hin machen hier erstmal das ne das lasse ich weg weil ich möchte eine luftschleusen weg haben das ist da eine luftschleuse und dann würde ich den feuerlöscher hier hin packen so dann ist es wieder symmetrisch aber ich habe hier das so ne jetzt symmetrisch ja auch crew mitglieder das heißt ich mach mal das ist bei den dingern wird ja am liebsten diese diese mord kann ich jetzt leider hier nicht sehen naja da steht nicht mods ne da muss ich aus dem spiel raus das geht so gar nicht nicht verlassen würde am liebsten ja diese diese mod wo man mehrere türen pro quartier dran packen kann ja das hätte ich gerne aktiviert als ich die mal vielleicht im blueprint modus aus hier runter so ungefähr dahin da 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 sollte ich schon reichen dann habe ich ja hinten was zu machen und vorne fehlt dann noch es geht auch nicht mehr was ich das muss ich so machen ja aber eine zweier kabine schwierig ne weil dann kommt ja von da nicht mehr da hoch da ist auch schwierig so vielleicht das könnte gehen kommen da raus wo ist denn hier die tür es gibt immer nur eine eingangs die hernden krog quartier noch mal ist das irre dann ist die tür zum kern so passt doch ne können da raus die hier unten können jetzt nicht mehr raus die dann habe ich noch mal so ein vierer ding das ist die tür rechts und links das sollte passen nicht nämlich hier hier keine tür setzen warum nicht man gehen die da raus macht das sinn macht das sinn kann ich hier mit steuerung das verdoppeln ja das geht gut gut so dahin und dahin und kommt hier noch ein lager hin bevor ich den ersten kampf beginne möchte ich die lager haben zwar genug und nur ein tür hier hin das ist klar hier soll von beiden seiten benutzt werden so ich kann die tür dahin packen statt da macht das sinn dann rufen wir die station zum allerersten mal so ich habe 16 betten er ist natürlich zu viel ein neun crew mitglieder sollte ja mal reichen sonst bin ich nämlich gleich pleite so wir haben 0 ich lasse das mal laufen wir haben 0 aufträge level 1 so weit so gut das theorie die feld räumen lasse ich erstmal weg ist das uran lieferung nicht alles blöd und alle mitglieder an bord jetzt ist es natürlich nicht mehr so schnell und nicht mehr so wendig alle neun da dann würde ich jetzt hingehen und würde hier neue rolle vergeben zwar mache ich die blauen 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 die heißen gana dann noch noch eine das sind dann die pilotin die mache ich in gold in die gold Piloten, okay. Job Priorität, Pilot. Raumschiff, Cockpit bedienen, 10. Kontrollraum bedienen, 10. Brücke bedienen, 10. Kleiner Hyperantrieb. Brauch ich das? Ne. Ausschalten. Schubdüsen, aus, 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 aus. Okay, die machen nur Kontrollraum. Maschinenraum, Maschinenraum. Maschinenraum wäre eigentlich Red Shirt, ne? Ja. Genau, das ist natürlich Red Shirt. So. Schildgenerator, bitte in 10. Großer Schildgenerator, 10. Flak-Batterie. Alles ausstellen, das sind die Gunner. Dann haben wir hier das, ne? Standardkanon, dann kann ich hier alles. Alle Prioritäten auf 0 setzen, ja. Geht das gleiche? Jo. Dann. Batterie versorgen. Nein, sollen sie nicht nutzen. Refill, nein. Äh, Hyperium versorgen, nein. Jetzt habe ich alles auf 0 gestellt, ne? Ja, richtig gut. Pause. Cockpit, natürlich. Äh, Mann. Wie war das jetzt? Alle bedienen, ne? Alle Prioritäten im Flug. Äh, äh. Mach ich 10. 5. 10, 5. 10. 5. Kleiner Hyperantrieb sollen sie nicht versorgen, das können die anderen machen. Okay, jetzt nochmal da. Schildgenerator, klar. Sollen sie bitte mit Batterie versorgen. Und. Großer Schildgenerator, das gleiche. Okay, dann. Richtig. Äh. Uh. Ne, das sind Piloten. Der muss dahin. Und dann muss ich. Ähm. Ob wir fehligen. Ähm. So, ich. Äh. Du, sonst bitte. Äh. Cockpit, ne? Und Schildgenerator. Das sind die zwei Leute. Okay, dann. Ihr. Und bitte. Dann. Wie war das? Ja gut, auch. Schildgenerator. Guck, ne? So. Okay. Die Ganna. Hm. So. Dann Ganna. Komm bitte. Dahin. Die sollen dann. Hm. Ja. Nämlich nicht, ne? Ach so, ich hab. Ja doch. Ich hab zwei. Zwei. Kann doch noch. Komm mal. So. Dahin. Geht nicht. Komm da nicht ran, ne? Äh. Wieso kommt er da nicht ran? Der kann doch da durchlaufen. Äh. Nein, da soll er eben nicht hin. Dahin. Ah, nicht. So. Das und das. Das sind dann die zwei Ganna. Und das nicht. So. Müsste eigentlich so stimmen. Er hier macht das und das, ja. Ja, das ist okay. Ja, würde ich mal so lassen. Geht halt, du musst ausprobieren. Jetzt auch kein Plan, so richtig, ne? So. Okay. Munition. Brauchen die Dinge Munition? Nein, die brauchen nur Energie, ne? Die brauchen nur Energie. Das ist deren Vorteil. Jetzt sind wir natürlich durch diese Konfiguration ein bisschen gehandicapt. Aber, wir machen schnell eine Speicherung und gehen unseren ersten Auftrag an. Äh, der wäre dann, äh, ja, Attacke. Ein bisschen schneller geht's, ne? Schnell sind wir. 80. 80 kann ich mit leben. Oh. Da kommt der erste Gegner. Die Frage ist, ich kann das so einstellen, dass ich den noch traffe. Geht das auch so, dass der mich nicht trifft? Ne, eher nicht. Aber mach halt das Kopfwetter kaputt. Er schaltet uns Geschilde aus, ne? Mit dem Ding. Abgeklappt. Schnell looten. Nichts reparieren, also muss ich zuerst looten. Oh, Mann. Äh, ah. Mal erst das. So, jetzt müssten die blauen an den Kanonen sein, was ja nicht sind. Geht's noch? Hier ist ein Gelber drin. Da muss ein Gelber hin. Und hier sollte noch ein Blauer hin. Okay. Jetzt reparieren? Immer noch nicht. Schwierig. Jetzt aber gleich, ne? Jetzt dürft ihr gerne weitermachen, während ich mir das jetzt nochmal angucke. Und zwar, äh, hier, ne? Und das sind doch die Gunner. Oh. Und die Gunner dann irgendwie... So kann ich die jetzt nicht bearbeiten. Genau. Was sind die, ne? Rolle bearbeiten. Job Prioritäten. Laserplaster. Ja. Bergbau-Laser bräuchte ich nicht, ne? Vor allen Dingen soll er nicht looten. Oh, Mann. Ja, das war wohl das Problem. Also die Gunner brauche ich immer im Schiff. Ah, hier. Rektorstrahl im Mittag. Ich mache mal Pause. Äh, ja, vielleicht. Sensorverlangen. Hm, nee. Nee, 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 nee. Nicht looten. Hier sind wir bei... Prioritäten... Produktion. Das ist Produktion, ja? So, dann müsste das ja... Na, die Kondensoren auch nicht. So, hm, Ressourcen. Werden abdauern. Nein, nicht. Ähm. Cockpit. Was sind die Gunner? Die Gunner sollen im Cockpit gar nichts machen. Ähm. Zug auf Null setzen. Kleiner Schildgenerator schon. Black-Batterie. Nee, die Gunner auch nicht, ne? So. Hier, Kanonen bedienen. Richtig. Und das? Laser-Blaster. Hm, bedienen. Okay. Alle Prioritäten bedienen. Nein. Energie werfen auf 10 Sterne. Auf jeden Fall. Okay. So. Es dürfte ja eigentlich... Der hier... Gar nicht dahin. Wo sind meine Leute? Ähm. Uh, kommst du bitte. Warte. Warte, 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 warte. Wo ist der Typ? Ähm. Gruppenbefehle. Hä? Nein. Ähm. Doch, ist richtig. Wie mache ich das? Ich konnte doch... Den... Äh. Den kann ich nicht hier hinschicken? Wieso nicht? Ding doch mal. Hallo? Ach, da hinschicken. Ja, jetzt ist der blau. Okay, also mit Rechtsklick. Geht's, ne? Okay. Oh, blau, blau. Gelb, gelb. Die anderen dürfen alles machen. Gut, soweit. So gut. Dann haben wir das geschafft. Ach, dann gehen wir gleich wieder zurück zur Station. Und, äh... Weil wir müssen auslassen. Wir haben nicht mehr das Riesen... Ähm... Bagger. Mal rufen. Äh... Kopfgeld können wir uns holen. Dann handeln, ne? Okay. Okay. Mh... Mh... Ja. Das ist erstmal raus. Dann... Hier 20... Da 20... Und hier... Und hier... Mh... 5... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen... Eventuell? Ne. Übermorgen. Habt euch gut und tschüss. Tschüss.